Eine weitere Spezialität von OKI ist der Broschürendruck. Was wir hier haben, sind acht auf vier Seiten als PDF, die wir ganz gerne als Rückenstich geheftete Broschüre ausgeben möchten. Das können wir mit einem C830 genauso wie mit einer MC860 ganz schnell und einfach direkt am Arbeitsplatz erledigen. Das Einzige, was wir dazu tun müssen, ist auf Datei Drucken zu gehen. In den Eigenschaften des Druckers unter Ausgabeart Broschürendruck einzustellen. Alles weitere würde der Drucker erledigen. Das Einzige, wir stellen hier noch auf A3-Format, damit wir eine A4-Broschüre herausbekommen und starten den Druckprozess. So einfach geht der Broschürendruck mit OKI. Das Einzige, was der Drucker jetzt noch machen muss, ist aus den A3-Bögen alle acht A4-Seiten vernünftig auszudrücken. Das heißt, die erste und letzte, zweite, vorletzte, dritte, vierte und fünfte, sechste Seite in die richtige Reihenfolge zu bringen und auszudrücken. Das ist hier gerade passiert. Wir haben also unsere zwei A3-Bögen. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist das Ganze einmal falzen. Anschließend noch einmal kurz entfalzen. Mit dem Broschürenfinisher die Rückenstichheftung anbringen. Das Ganze von der anderen Seite ebenfalls noch einmal. Und fertig ist unsere rückenstichgeheftete professionelle A4-Broschüre. Das Ganze von der anderen Seite ist unsere Rückenstichheftung.